Was macht theoretisch gesehen nix anderes? Weil letzten Samstag hab ich glaube wie hab ich jetzt gespielt? Fast 20 Stunden? Jetzt hab ich auch wieder mehr Power Dadurch dass ich mehr Blut im Körper hab und alles Vorher war das ja komplett Deswegen, ich glaube das erklärt auch warum ich vor einem Jahr und so weiter immer so antrittslos in der Arbeit und so weiter war Da hat ja gar nix gestimmt in meinem Körper Das war richtig schlimm Ich glaub der Abdullah wird sich freuen wenn er die wieder sieht Glaub ich auch Ich würde sagen, nicht der schon wieder Komm ich so über die Ecke so Hey Abdullah, wer zieht direkt die Tür zu? Chill Du hast nicht an der Festeinstellung, ich noch nicht Uh Vorteile Vorteile Schön genießen Ne Aber vor dem Platz gefällt mir echt gut Nicht bloß wo ich denn vorne war zu mir mein Ja aber die hinreißen halt scheiße Hm Puh das geht schon ich muss mir halt dann Ich muss mir halt dann Fahrgefährten besorgen oder so Hm Genau Wenn ich dann wieder hinterradeln muss Im Winter, oh Im Winter das war sooo schlimm Oh die Winter, die es jetzt gibt, die sind eigentlich Na ja Nicht mehr so schlimm Jetzt geht's schon aber Wo ich davor im Winter Da immerher mit dir hinter geradelt bin Da bin ich fast weggerutscht bei der Ecke Ich wusste warum fast da reingeht Das war schlimm, sehr schlimm Oh jetzt ist es auch nicht mehr so Das Lustigste als ich dann vorhin meiner Betreuerin zu Bescheid gegeben habe Dass ich eventuell eine Arbeit habe Sie so, äh äh ist sie bei 5 Sterne oder? Ich so, ne überzeiht aber es für mich nicht Die hat direkt gesagt so ja überzeiht aber es für mich nicht Ich so, ne Ausbeuten lasse ich mich von denen nimmer Ich kann die vergessen Na ich war bei Ratis Bono und die sind eigentlich noch okay Die zahlen noch ganz gut Ja, ja, Ratis Bono ist schon weg Du bist ja immer noch bei, ne Du bist ja noch bei denen, ne Jupp Stimmt immer noch, ich dann nicht Der kriegt man ja Bonus Wenn man zwei Monate hintereinander gearbeitet hat, ne Mhm Und man kriegt äh äh Noch mal, noch mal Wenn man jemanden anwerbt, glaub ich, ne Ja, 150 Euro Das ist schon was Gutes Aber der muss halt dann wahrscheinlich auch Wie viele Monate muss der dann gearbeitet haben? Auch zwei oder so, ne? Ne, am gleichen Tag Wie? Wenn du einen anwirbst, kriegst du am gleichen Tag das Geld Ah Dann abgeschossen Achtung, Achtung, Achtung Achtung Es sind zwei Einer, einer ist im Haus Oh, oh Ich hab das eine Waffe, Achtung Achtung, Achtung Mehr Schmuck, Alter Mehr Schmuck, Alter Mehr Schmuck, Alter Mehr Schmuck, Alter Achtung Nein Es geht doch, ne Ich hasse Schwitzer Ich hasse Schwitzer Ich habe so eine schlechte Waffe gehabt Im Playstation Schwitzer, echt Ist wirklich so Die meisten, die ich über den Playstation liest, sind eigentlich nur Schwitzer Aber wir haben sowieso Crossplay Mhm Das Problem ist halt, es könnten halt auch PC-Spieler drin sein, die halt richtig gutes Aim haben Weil die halt, die können mit einer Tastatur, können die, äh, mit einer Maus, können die einfach komplett umdrehen Warte schon Warte schon Warte ich eigentlich auch Ja, das ist halt, das Das ist der Nachteil Bei Playstation Weil, wenn du dich umdrehst, bin ich schon auf 180 Grad Genau, du machst eine mit der Maus, bumm Und hast dich schon gedreht Ich habe jetzt meine auf 8000 dB gestellt 8000 dB? Hä, was ist das? Hm? Was ist 8000 dB? Das ist die Geschwindigkeit der Maus Aha Ach so Mhm Kann man eigentlich mit nem Bus direkt zu dir fahren, auf die, äh, aufs Firmenge, äh, auf die, ähm, wie heißt das? Hm? Weiß ich nicht Weil ich, hab ich noch nie geschaut Müscht ich mal gucken Ja, das schau ich jetzt, aber später hab's da ne, ne Schrecke hingekommen, weil dann kann ich von dem Bus hinterfahren Gibt's von nem Bus, äh, da gibt's von nem Bushaltestelle, aber ich weiß nicht, ob wann die fahren Naja, deswegen müsste ich da mal danach gucken Hm Vielleicht kannst du ja auch mal morgen oder so gucken, welche Bushaltestelle, wie die heißt Jupp Genau Perfekt Als willst du da morgen hingehen, du? Naja, ich, ich, ich geh da morgen direkt zum Abbilder Hm Umso früher, umso besser Wer zu spät kommt, äh, ne, wer zuerst kommt, mal zuerst Bei Jupp Witz, witz, witz 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 Äh, Wie hüpf Ja, hinter dir Nein, komm, nein, das ist... Ne Maschinenpistole.